das servus und hallo zum donnergurgler hier geht es wieder um die dinge die kein mensch braucht und trotzdem spaß machen und heute habe ich das segao set das romantische restaurant für euch mal zum zeigen das hat 3577 teile und kostet so knapp 130 euro oder momentan auch unter 130 euro wegen einem neuen steuersatz vorübergehend das habe ich mir im war früher oder im januar februar dieses jahres mal besorgt und auch zu der zeit aufgebaut aber jetzt dachte ich das gibt es immer noch und ist ein schönes set und ich zeige es mal und ja natürlich scheint es etwas inspiriert zu sein vom pariser restaurant aber ich finde doch dass das ist einfach mal nochmal eine 16 bricks breiter ist und ja es ist schon ein eigenständiges set genau schauen wir es uns mal an besser gesagt fangen wir mit den figuren an die ich auf so ein ding gebaut habe damit ich die euch zeigen kann ich tue mich mit diesen alternativ hersteller figuren immer sehr schwer die kommen ja immer alle zu sehr wie diese friends figuren von von lego oder so daher und in dem fall finde ich sie sogar noch echt labbrig also die unter der unterarme die wenn man einmal bewegt und ich nehme mal die katze ab weil die strahlt recht ja die die sind vom druck okay die sind auch ich finde es toll wie divers was sie sind tatsächlich das fehlt mir bei lego immer und ja rückseiten gibt es auch ich zeige jetzt mal nicht alle so und bei dem einen ist jetzt schon der einen um genau zu sein ist jetzt schon der unterarm abgefallen sieht man hoffentlich jetzt hier den habe ich hier noch in der hand also die sind da mit so einer mini noppe in die andere gesteckt und sobald man da ein bisschen hinkommt fallen die auseinander die sind hinten bedruckt vom druck von der verarbeitung und so weiter alles okay bis auf die arme und sie haben weitaus mehr bewegungsmöglichkeiten und da ist schon wieder ein arm abgefallen ja ich habe sie tatsächlich jetzt gestern noch schnell abends aufgebaut damit ich euch zumindest zeigen kann da sind figuren dabei was gerade fehlt ist eine gitarre und ein besen weil ja die sind irgendwo in der kiste verschütt gegangen und es gab natürlich auch ein paar ersatzteile wie üblich für so ein set genau was total schönes ist tatsächlich diese mega box die hat hier eine uv lackierung über dem deswegen spiegelt sie auch krass zeigt hier dass es ein modulares gebäude ist oben ein paar detailaufgaben hier auf der rückseite sehen wir dass es von dieser street view noch andere sets gibt und auf der seite sehen sie immer so aus so aber das geht innen noch weiter so ich hoffe das war jetzt nicht zu laut denn innen teilt sich das dann in drei große bauschritte auf wo man vorne auch schön erkennen kann was da passiert das sind wie man sie von echt teuren lego sets kennt so einzel boxen lambocini und so porsche gehen kriegt man von lego in solchen packungen ja creator expert sachen aber nicht von daher ist es schon eine dicke box die die wertig daher kommt und spaß machen so dann gibt es auch eine anleitung die ist irgendwie bei mir schon ein bisschen ja faltig und angerissen aus der box gekommen ich glaube die war in box 1 mit drin oder sie lag oben drauf auf jeden fall hat sie da schon gelitten ansonsten ist es bei zingau so wie man es von ein paar anderen herstellen auch kennt dass immer das was man schon gebaut hat ausgegraut ist und immer nur der der part der neu dazu kommt in farbe ist anleitung kein problem schön verständlich braucht man wie gesagt in fünf bauschritten obwohl es nur drei schachtern sind sehe ich gehört aber sind sie überhaupt funktionen ne entschuldigung elf bauschritte elf bauschritte hier geht es noch weiter genau anleitung und dann gibt es noch diesen sticker bogen wie gesagt manchmal mache ich sticker bogen drauf aber weil das macht jetzt hier vorne sieht man es hier besser ja in der schachtel hier vorne bei dem eingang kommen die oben auf dieses dach ich finde so auch schön von daher spare ich mir diese aufkleben so dann gucken wir uns mal das set an und das steht wie gesagt auf einer 32 x 32 plus einer 16 x 32 platte und hatten stolzes gewicht und ja schauen wir uns einfach mal kurz an so sieht das von vorne aus herbstlicher herbstliches gemüse hier drücken wird es dann grüner schöne dachterrasse die rückseite ist jetzt so lala will ich hat unten auch die typischen lochsteine dann die einem vermitteln hier geht ein nexus haus los und genauso an dieser das heißt wir haben ein eckgebäude und dann würde ich sagen nehmen wir mal kurz die einzelnen bausteine ab und das sind ein paar auch die terrasse kann man einzeln abnehmen und dann würde ich sagen gucken wir mal typisches problem auch gerne die türen das provence restaurant ist abgefallen die türen sind nicht ganz locker aber schon ein bisschen locker also an sich ist das jetzt stabil aber kleinigkeiten fallen jetzt ab so innen haben wir hier zum einen wunderwitzig gefließte einmal mit einmal einstein fliesen gefließte küche mit offen in den raum und auf der anderen seite haben wir hier diese sitzgelegenheiten jeweils mit einer lampe einem stuhl hier hinten haben wir noch kann man so einen kleinen ja eigentlich ist es ein sofa nur mit einem sehr voluminösen vorhang davor und hier in der ecke so sieht man dass da gibt es noch zum einen ein bild das bedruckt ist und hier in diese richtung ein kleines regal mit flaschen wo es dann in das treppenhaus geht das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht doch hier sieht man die treppe da geht es dann hoch in den stock und dahinter ist tatsächlich so ein toter bereich in dem man nicht reingehen kann kommt finde ich kommt auch selten vor dass man wirklich tote bereich hat dann gibt es hier noch einen tollen tollen müll container im hinteren reich beim eingang ja und spektakulär aber in tatsächlich die küche finde ich sehr schön gebaut auch die die schränke mit der bar und der trutan ja ich es hat wirklich bis auf also meinen die einmal eins fließen da muss man halt durch an dem schluss sieht es dann auch schön aus und von der von den steinen her das war wie gesagt mein erstes set welches nicht von lego war und ich war damals schon sehr erstaunt bis auf dass das bei den figuren die arme abfallen ist hier nichts was irgendwie den den eindruck von nicht stabil oder man hat hier nicht mit irgendwie vernünftigen stein zu tun also es macht spaß zu bauen die fliesen mal ein bisschen matter als bei bei lego aber im großen und ganzen selbst die fenster ganz leichte ganz leichte milchig manchmal aber alles für mich im vertretbaren bereich das war das erdgeschoss also besonders auch im vergleich mal wenn man jetzt dieses set mit 3000 irgendwas teilen 3500 teilen mal mit einem creator experts haus war für vergleich dann ja liegen halt einfach mal irgendwo von der teile menge her fast ein hunderter unterschied und dann kann ich damit leben wenn die tür mal so wie hier wackelt aber natürlich wäre es auch schön wenn es nicht wackelt aber so dann haben wir hier das erste stockwerk und da haben wir auf der einen seite wieder tische mit blauen stühlen und hier hinten einen sehr netten kamin mit einer kleinen mit sofa ecke oder sesselecke sieht sehr gemütlich aus glaubt da kann man es aushalten hier haben wir ja das anricht besteck für wenn der trutan von unten tranchiert wird oder so eine uhr und hier hinten haben wir noch mal zwei sofas aus denen man schön aus dem fänden von den man aus man schön aus dem fenster gucken kann genau eine treppen bereich der wieder nach oben geht und das fast alles schön gefließt also paar noppen sind zu sehen damit man auch figuren hinstellen kann hier haben wir noch mal den druck also alle auf alles was ihr seht sind druck die einzigen aufkleber die dabei waren waren wie gesagt dass für dieses vordach der rest ist alles druck und die sind auch schön genau weil hier haben wir noch einen weiteren druck mit der uhr und da hinten ist noch ein bildchen genau das ist mal das nächste stockwerk gewesen hier haben wir die die dachterrasse die ist tatsächlich komplett genobbt und nicht gefließt blumen schön mit den die kann man hier so verbiegen mit den lampen und den blumen köpfen dazu ich glaube da fehlt einer an die kommt dann erst am dach genau mit der außentreppe wo man das auch erreichen kann und hier so schöne ketten vor den blumenkübeln als abschluss damit keiner runter fällt ich finde ja viele kleine details zum bauen echt schön wenn man lauter kleine kleine pflänzchen selbst so dann ein bisschen was was tatsächlich ein bisschen wackelig ist es hier diese konstruktion des dachs da wäre vielleicht eine strebe mehr oder so da unten noch ganz praktisch gewesen aber man kann es abnehmen kann es drauf setzen und alles ist gut hier oben haben wir eine weitere dachterrasse zwei tischpärchen jede menge schöner blumen und auch wieder diese lampen und dann haben wir noch irgendwie diese dach konstruktion ist ganz schön die problematik ist doch dass dass sie hier auf die seite raus geht kann man eigentlich jetzt ein haus das genauso hoch ist wie das andere nicht daneben stellen weil das würde darüber raus stehen das kann man natürlich irgendwie umbauen aber ja bricht somit so ein bisschen aus dem typischen modular stadt view raus durch das dass man es nicht direkt an die seite stehen kann dann kann man hier oben noch aufmachen glaube ich das ist glaube ich nicht so wirklich vor also das hier oben das ist dann das dach das ist ziemlich nett gemacht kennt man auch von dem alten lego creator haus mit diesen hämmern als abschluss hier oben können sie kennen hoffe doch und so jetzt mache ich das hier mal auf das kann man hier einfach so so runter blieben und dann ist hier oben so haben wir was verloren und zwar eine fließe ist ab da oben ist noch so ein ja da kann man sich am dachboden verstecken wie man da rein kommt ist nicht klar was allerdings ganz witzig ist es dieses loch weil das macht sozusagen den raum unten wieder ein bisschen größer jetzt baue ich das mal schnell wieder zusammen dann hoffe ich dass ich euch das kurz zeigen können wie ich das meine hier fallen die blumen ab so was wieder drauf sitzen zumindest dann kommt das hier und hier ist irgendwo eine leiter abgefallen die kommt hier hin so jetzt kann man hier so rein gucken und sieht sozusagen dass es den raum unten größer macht ich finde es irgendwie nett und irgendwie aber komisch und konsequent weil dann hätte man da auch noch irgendwie eine leiter hinbauen können klar über das aber also hier ist so eine leiter die geht dann aber hier ins nirgendwo ja also über die dach auf die dachterrasse selbst kommt man überhaupt kommt man von innen rein das heißt da gibt es eine treppe ganz normal dass man auch oben zum essen kann im romantischen restaurant und ja da ist schon eine leiter angedeutet aber man kommt da nicht rein also man kann ist nicht vorgesehen das aufzumachen genau das ist das zimmer aus von ja das romantische restaurant ich finde die anderen setzt dies davon gibt die sind mir irgendwie von den farben her zumindest auf den karton sondern auf den fotos die ich gesehen habe sind mir die irgendwie zu zu giftig oder so ich finde das hier eine schöne kombination mit dem grünen ist jetzt auch nicht unbedingt meine farbe aber für so ein restaurant macht es irgendwie sinn und die anderen sind mir dann eigentlich zu zu knallig von den farben her deswegen habe ich mich nur für dieses entschieden und werden wir von den anderen aus das kommt bei irgendeines ganz billig vorbei keins holen aber das fand ich für den preis für die größe für das was es drin ist ein schönes set ist schnell ein wochenende rum wenn man das baut und genau was wie findet ihr dieses street view von von zigau qualität glaube ich passt und ich habe es mal beleuchtet gehabt aber die lampen habe ich jetzt wieder etwas anders gebraucht das sieht dann tatsächlich sehr schön aus wenn man da in den beiden stockwerken lichter drin hat und von denen auf der terrasse ein paar lämpchen unterbringt dann hat man da einen strahlendes strahlendes ding in seiner street view und die katze die katze ist natürlich habe ich sie schon gezeigt hier die katze die finde ich witzig die sitzt bei mir immer hinten auf dem container da sieht man sie zwar nicht aber sie ist da das war der donnerburger für heute freue mich wie immer über likes kommentare ob ihr euch die anderen holt welches sich noch lohnen würde auch wenn es von der farbe her nicht so super geil ist bis zum nächsten mal ciao